Juri ist ein ungefähr zehn Jahre alter Schäfer- und Mischlingsrüde, schon ein älterer Opi, der ausgesetzt gefunden wurde auf Feuerwehrgelände und leider hat sich keiner gemeldet, also man kann davon ausgehen, dass er ausgesetzt wurde und der Besitzer sich ihn entledigt hat. Er hatte zum Zeitpunkt des Fundes schon eine Lahmheit hinten links und es stellte sich dann bei uns heraus, dass er einen Kreuzbandriss hat, welcher dann bei uns operiert wurde und er befindet sich jetzt noch im Heilungsprozess. Also er darf jetzt schon ein bisschen länger gehen, aber er darf nicht rennen und nicht springen und jetzt auch keinen Ball spielen mehr. Das kann man aber alles dann, man kann dann andere Übungen mit ihm machen, man kann zum Beispiel kleine Futtersuchspiele oder sowas machen. Ansonsten ist er ein sehr freundlicher Hund, geht auf alle Menschen freundlich und offen zu. Mit anderen Hunden konnte man es jetzt leider bei uns im Tierheim noch nicht probieren, ob er sich gut verträgt, das kann man aber dann ausprobieren und wir suchen für ihn ein Zuhause, in dem er ein ruhiges Umfeld hat, ohne kleine, turbulente Kinder, sondern gerne auch bei älteren Menschen. Es muss unbedingt ebenerdig sein, damit er keine Treppen mehr laufen muss. Und schön wäre es, wenn ein kleiner Garten oder so mit dran wäre, damit er schön in der Sonne liegen kann, das wird ihm sehr gut gefallen.